So, jetzt gibt es aber so eine Runde. Treten Sie das Gewölbe! Geschmack gleich jetzt ein Klicchon kaputt nö ja ja zeig dir brauchst du nicht gleich zur wehr setzen der perfekte gesundheit zweimal erledigt ohne auch nur abzüge schließen sie gleich mit dem 110 genau die meine ich uns also zurückziehen falls wir noch mal was brauchen hier liegt der schützfeste medikt hier waren wir vorhin schon drin das heißt wir haben eine gussung ah äh äh exen fettel mit fettel mit fettel mit fettel mit fettel mit super relativ schnell gegangen gucken was er hier vorne dazu sagt sie müssen diese anlage zerstören bevor er sie raus lässt es gibt da vier säulen eine beschädigung der reaktorzellen löst eine kettenreaktion aus schicken sie alles zum teufel wo es hingehört falls er einmal raus lässt sie müssen ihn aufhalten aber jetzt nicht hier vor unseren augen ab versterben liebste plötzlich fast wie ein stein noch was zu sagen ok suchen sie ich gehe mal davon aus dass wir hier mit diesen fahrstuhl nach unten fahren werden ich verliere hier signal kontakt könnte ab jetzt unmöglich sein erhütet euch von diesem way Gott allein weil es wozu der fähig ist war das bis jetzt anders dass ihr euch um mich gekümmert habt so intervall 10 enthüllung das gewölbe situation der vier einsatz agent ist im gewölbe ja haben wir durch den einfachen tastendruck geschafft Nordmaps besteht auf der zerstörung der anlage aufgrund einer nicht weiter bekannten gefahr seine motive scheinen eigennützig zu sein dennoch ist vorsicht angebracht mission das missionsziel lautet weiteren harten und ellis welten sicherheit zu bringen und hexten fett zu eliminieren gut das wird jetzt sicherlich nicht mehr so einfach wie vorher da ja in 2 in 3 in 3 in 5 6 in Was da scheint das zu sein, was da... Irgendeine... Oha. Oha, ist das eine große Halle. Bitte nicht. Bitte einfach keine Soldaten. Das ist ja reizend. Sie wissen es immer noch nicht, was sie sind, warum sie hier sind. Hallo? Hallo? Was ist Ihre erste Erinnerung? Wie lautet Ihr Vorname? Wo wurden Sie geboren? Sie haben keine Geschichte. Wir beide stammen von derselben Mutter ab. Was? Wir müssen beide von... Wir müssen beide... Sie können ihre Gedanken nicht lesen, aber vielleicht funktioniert es ja umgekehrt. Ihr ganzes Leben ist sie nur von einem Albtraum zum nächsten gewandelt. Ich werde sie befreien. Wie jetzt? Wir haben unseren Bruder gerade umgebracht. Ja gut. Wir sind hier nebenbei... ...und das hier... ...und jetzt... Oh. Eh, das gibt nur gerade... Aber warum sind unsere schöne Waffenauswahl jetzt auf einmal... ...und jetzt... ...und jetzt... ...und jetzt... ...und jetzt... ...und jetzt... ...und jetzt... ...absolut kein Problem mehr... ...irgendwen fertig zu machen... ...und jetzt... ...wann muss... ...ein zutiefst gestörtes Kind... ...schreckliche... ...verstörende Albträume... ...Halluzinationen, Hysterie... ...die Kleine konnte nie ein normales Leben führen... ...Dissler fand heraus, dass sie telepathisch begabt war... ...er spekulierte, dass sie äußerst sensibel... ...auf negative Emotionen der Leute um sie herum reagierte. Wir haben sie nur zweimal aus der Kammer geholt. Sie war 15, als der erste Prototyp geboren wurde. Sie sollte komatös sein. Aber sie schrie, als wir die Wehen einleiteten... ...und hörte erst auf, als ihre Lunge voll Flüssigkeit war. Es gibt plausible wissenschaftliche Erklärungen für alles danach... ...aber es war wohl nur eine Frage des Hasses. Menschen erschaffen gern Monster... ...und Monster... ...zerstören eben ihre Schöpfer. Schöpfer... ...meint er jetzt, dass Paxton Paddle... ...Heimer zerstört hat... ...und wenn... ...hat mir nicht gelernt, dass... ...ext und vielleicht der zweite Prototyp ist... ...dann sind wir der erste. Das heißt, wir wurden... ...mit... ...von einer 15-jährigen Mutter geboren... ...also ist sie... ...zu einmal... ...jetzt nicht unbedingt viel älter aus. Die wollen sie vernichten. Aber ich finde, sie hat genug gelitten. Wir brachten sie zwei Tage vor ihrem achten Geburtstag hierher. Ich glaube sechs Tage nachdem wir den Stecker gezogen hatten. Freisetzungssequenz abgeschlossen. Und so geht es zu Ende. ...und so gehen die... ...Alma... ...Oh... ...und so gehen die... ...und so gehen... Ja, das geht jetzt schon mal ein bisschen zu wenig zu sein, jetzt muss ich ja nur noch das da aufhalten. Das kann man alles so nachvollziehen, ich bin da nicht rein. Nein, da muss ich keine Mitteilung schreiben. Die hier aus der Dunkelheit kommen, sind ja nicht so schlimm. Die können wir relativ gut verkraften. Das kann ich mal sehen. Das hat man hier gerade schon mal. Das hat man drauf. So, mit simple Schüsse. Am Moment höre ich im Hintergrund so ein Schreien. Ja. So, auf der Dunkelheit sind ein bisschen nervig. Hier gehts gar nicht lang. So, wie wäre das? Wie wäre das? Brauch ich das denn? Wenn wir hier in Sausset ist... Da muss ich sagen. Ja, da muss ich nicht berichten. Alles klar, das geht jetzt mal sehr. Ach, das ist noch ein bisschen los, wenn ich mich weiß nicht. Ja. Das ist noch ein Kurschen. Das ist ein schade, gerade Das ist eine Kreische Minderpuff, das ist jetzt nicht sehr Ja, das ist ein Schade, das ist ein Schade, das ist ein Schade, das ist ein Schade, das ist ein Schade Das ist ein Schade, das ist ein Schade, das ist ein Schade So, damit wäre ich hier auch Ruhe drin Ich glaube wir gehen nochmal ein bisschen zurück Hier geht glaube ich gleich auf der Wand Nein, ich nicht Ah, jetzt funktioniert das ist aber schön Das ist aber schön Ich bin wirklich noch nicht Na ja, ich bin mir in die ganze Zeit Ich bin wirklich noch nicht Ah, ich bin wirklich noch nicht Na ja, ich bin wirklich noch nicht Jetzt wollen wir schon mal ein bisschen absparen. Der Kopfschmerzen. Oh! Wirklich eine Stimme?